Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 13. November. Ja, vorneweg, erstmal sorry für gestern, da ist ja der Geek Talk ausgefallen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Zwei bis drei Stunden Schlaf waren halt einfach zu wenig. Dafür war ich ja länger in Basel und habe mit dem Martin auch eine neue Folge Geek Talk TV aufgenommen. Das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung, aber heute geht es weiter mit den News. Und heute haben wir dabei Alibaba, Snapchat, YouTube, Oculus Go und Tinder. Beginnen tun wir mit Alibaba, denn die hatten ja jetzt den Singles Day am 11. November. Das ist ja auch so ein künstlich kreierter Verkaufstag, wo alles dann günstiger angeboten wird. Ähnlich wie der Black Friday und der Cyber Monday. Und die haben jetzt 30,8 Milliarden US-Dollar umgesetzt an dem Tag. Das ist ein neuer Rekord. Im letzten Jahr hatten wir 25,3 Milliarden und jetzt kann man sich auch hochrechnen, wie es vielleicht weiterläuft. Und die müssten sich eigentlich keine Sorgen machen. Sorgen machen müssen sie sich aber trotzdem, denn das Wachstum stagniert ein wenig. Es ist nicht mehr so wie früher und von daher, da sie ja jetzt auch an der Börse notiert sind, werden sie da auch mal was zu erzählen müssen, woran das eventuell liegen könnte. Und ja, schauen wir mal, was da so passiert. Was auf jeden Fall passiert ist, ist bei Snapchat, da hat wieder jemand die Firma verlassen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal im Daily. Und jetzt hat der Head of Content, und das ist in dem Fall der Nick Bell, die Firma Snap verlassen. Und bislang war er dafür verantwortlich, Original Content für die Discover-Section zu produzieren. Das wird jetzt logischerweise wahrscheinlich jemand anderes übernehmen. Er selber hat auch nicht gesagt, wohin für ihn die Reise geht. Aber es ist halt wieder eine Person weniger bei Snapchat, die schon länger dabei war. Der Nick war, glaube ich, knapp fünf Jahre dabei. Also von daher, ich weiß nicht, ob es da so gut ausschaut bei denen. Wo es aber jetzt besser ausschaut, ist bei YouTube. Denn das könnt ihr jetzt nicht nur im Browser gucken, sondern auch in euer Oculus Go, sofern ihr natürlich eine habt. In dem VR-Headset ist jetzt die YouTube-App verfügbar. Sprich, ihr könnt dort in den App-Store gehen, könnt euch die App runterladen und dann YouTube-Content in der Oculus Go genießen. Das Ganze wurde ja schon angekündigt auf der Oculus Connect 5 im September. Und wie gesagt, ist jetzt verfügbar im App-Store. Und nicht nur für die Oculus Go, in letzter Zeit hat die YouTube das Ding auch praktisch für alle anderen Headsets nochmal rausgejagt. Für die PlayStation VR, für die Daydream, die HTC Vive und die Samsung Gear VR. Ja, und letztes Thema für heute ist Tinder. Die haben jetzt angekündigt, dass sie neue Geschlechteroptionen in Indien anbieten. Und ja, dort kann man nun auch angeben, dass man gar kein Geschlecht hat, dass man transsexuell ist, dass man eine transsexuelle Frau ist, ein transsexueller Mann oder whatever. Und ja, das Ganze ist in Amerika schon länger live, wo ich mich dann frage, warum braucht es dann so lange, um das jetzt in Indien auch freizuschalten und warum ist das so ein Riesenthema. Aber nichtsdestotrotz, das passiert jetzt. Tinder schaltet das frei. Und ja, wenn man in Indien ist, kann man dann jetzt demnächst eben sprechen, sein Geschlecht neu definieren. Für uns in Deutschland jetzt eher weniger interessant. Aber ja, das ist die News. Und das waren auch die News für heute. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder, zur Mitte der Woche. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.